Das ist Max. Max hat sich gerade seinen Jugendtraum erfüllt und ist jetzt glücklicher Besitzer eines Sportwagens. Da Max seinen Sportwagen nur ab und zu fährt, möchte er ihn in guten Händen und gut geschützt untergebracht wissen. Die Fahrzeughalle kann Max diesen Service anbieten. Bei seinem Termin in der Fahrzeughalle wird Max von einem Mitarbeiter in einer großen Schleuse schon erwartet. Hier äußert er noch einige Wünsche. Ein Carcover soll den Lack und Reifenschoner die Reifen schützen. Die Stromversorgung soll sicherstellen, dass seine Autobatterie sich nicht leert. Während das Übergabeprotokoll erstellt wird, öffnet Max den Zugang zur Autobatterie und schließt sein Auto dann ab. Seinen Schlüssel nimmt Max mit nach Hause. So kann er sich sicher sein, dass niemand sein Auto ungewünscht fährt. Sobald Max die Schleuse verlassen hat, wird sein Auto von Mitarbeitern auf Rangierhilfen an seinen Stellplatz geschoben. Wie bestellt, wird er auf Reifenschonern abgestellt, am Strom angeschlossen und anschließend mit einem Carcover abgedeckt. Jetzt sendet der Mitarbeiter Max noch das Übergabeprotokoll und die Einstellbestätigung per Mail zu. Vor seiner nächsten Ausfahrt ruft Max in der Fahrzeughalle an und bittet darum, sein Auto vorzubereiten. Als Max am nächsten Tag in der Fahrzeughalle ankommt, steht sein Auto schon bereit und er kann sofort losfahren.